Herzlich Willkommen zurück zu Amnesia the Dark Descent, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel und ich habe nochmal nachgedacht, es heißt ja hier, ne nicht hier, Moment, in dem Moment muss finden, den Schlüssel der die Tür zum Maschinenraum einträgt, im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Ja, oh cool, man kann sich hier, ach krass, man kann hier so um die Ecke rumlinsen, das ist ja cool, mit E und Q, ah, ok, super und wir haben ja hier schon ganz schön rumgewüstet und das ist das Gästezimmer, also kann der Schlüssel nur hier drin sein und jetzt haben wir hier schon reingeguckt in den Schrank, ist auch nichts drin. Es war so klar, ey, kack Bild, eigentlich so einfach, dass es da drin ist, hinter diesem Bild. Das ärgert mich ein bisschen. Okay, jetzt muss man nur noch in den Maschinenraum, ja, den Maschinenraum hieß das, glaube ich. Ei, 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 ei. Okay, und ich hab so die leise Ahnung, dass es uns dort erwarten wird, das Monster, hier drin. Oh Gott, Moment, ich muss mich vorbereiten. Wir haben einen Laudanen, eine hohle Nadel. Okay, so. Wir machen das jetzt. Ich will nicht, ich will absolut gar nicht, das wird, das, nein, boah. Boah. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien, super. Aufbauend, diese Worte, sehr, sehr aufbauend. Boah, leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch. Ich mach hier gleich mal ein Licht an. Wie viel haben wir? 13. Okay. Ich mach hier gleich mal ein bisschen Licht an. Oh Gott, seitdem haben wir das aufgeschrieben. Momentus, die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Ja, allerdings. Okay. Ach du Scheiße, ist das riesig. Aha. Ist das riesig. Okay. Gibt es hier irgendwas? Hier steht doch eine Zünderbüchse. Eine Zünderbüchse. Ist ja irgendwie ein bisschen was zum Anzünden. Obwohl es hier nicht ganz so dunkel ist. Diese Fackeln, die bringen immer super viel. Ähm. Oh, Zünderbüchse. Jawohl. Was ist das? Teil. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, da ist es. Es kommt auf uns zu. Nein! Renn, du Idiot. Renn. Renn. Renn, 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 renn. Renn, renn, renn. Renn, 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 renn. Oh Gott, jetzt. Okay. Wagt dich nicht zu weit. Oh, hab ich eine Gänsehaut. Alter. Hm, wo sind wir denn jetzt? Ach hier. Ja, auch und jetzt kommt es Monster nicht, oder was? Oh, jetzt sind wir wirklich da. Was ist das? Nee, das ist nichts. Okay. Ja, hallo. Oh, 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 oh. Ja, der Kopf dröhnt und die Hände zusammen. So fühle ich mich auch gerade. Da ist es. Boah, ist das ein hässliches Vieh. Ist das ein hässliches Vieh. Ist das hässlich. Okay, ab hier runter. Oh, ich will hier raus. Ich muss ganz schnell hier durch. Alle möglichen Teile einsammeln, die ich finden kann. Oh Gott, da ist noch eine Tür. Wie viele Türen gibt es denn bitte hier? Ja, sicher doch. Oh, was ist das? Der Tier ist zugerostet. Okay. Oh mein Gott. Ich bin total fertig und ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin hier nur noch. Was haben wir hier? Teil eines Bohrers. Okay. Okay. Teil eines Bohrers. Hier war noch eine Tür. Hallo? Was haben wir hier? Oh, ist zu lesen. Gott sei Dank. Okay, hier ist nichts. Ist hier was? Ne, gut. Lesen. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeit zu mischen. Agrippa. Ja, aber das Ventil war doch zugerostet. Ach, dafür brauchen wir den Bohrer. Habe ich jetzt hier eine Tür vorsehen? Ne, hier war ich schon drin. Hier hinten noch nicht, ne? Ne. Zünderwüchse? Ist doch nicht nur eine Zünderwüchse drin. Ah. Teilen des Bohreres. Okay. Gegenstand kann auf kein Objekt schadeln werden. Ja, ich möchte... Wie kann ich die jetzt kombinieren? Ich möchte die kombinieren. Wie kann ich die kombinieren? Teil eines Bohrers, Teil eines Bohrers, Teil eines Bohrers. Die müssen doch nur kombiniert werden jetzt. Ah. Okay, ich habe jetzt einen Handbohrer. Geile Sache. Ich habe einen Schimmertopf. Und jetzt muss ich... Ist hier noch ein Fass? Ja, hier ist ein Fass. Okay, dann nehme ich das Fass. Und dann muss ich das jetzt... Ja. Oh, dann ne. Ich muss ein... Nutzlos. Das Ventil ist zugerostet. Okay. 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 Uiuiui. Aufgenommen. Ein teilweise gefüllter Topf. Yo. Das ist nun mal super. Ähm... So. Ah, alles klar. Jetzt wollen wir hier an. Mit dem Topf stellen wir dahin. Ah ja, ja. Aufgenommen. Okay, was? Ich weiß doch, dass es jetzt hier gleich um die Ecke kommt. Ich weiß es doch. Doch, nicht. Hier war ich schon drin. Uiuiui. Ach, du Schleiße. Okay. 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 Eieiei. Das hört sich, ähm... Ja. Oh Gott, ich höre Kinder... Ach, jetzt muss ich das hier... Okay. Okay, ich habe was geschrieben. Moment. Momentos. Einsturz, Trommelverhindern, ein Weiterkommen durch den Lagerraum. Finde einen Weg hindurch zu kommen. Oh. Das hätte ich... Ich hätte anscheinend jetzt noch nicht dieses Gemisch machen dürfen. Ich stehe nicht so da in den Explosionen dran. Alles klar. Ja, explodiert es jetzt mal? Oder... Ja, genau. Oh. Scheiße, muss ich das abwerfen? Oder irgendwie umkippen? Nein, das funktioniert. Oh, oh. Ja. Scheiße. Das... Das hat niemand gehört. Nein. Das hat niemand gehört. Oh Gott. Das Monster kommt wieder 100 Punkte gleich um die Ecke, ey. Okay, Moment. Lass mal gucken, was haben wir? Wir haben noch gar nichts. Wir haben nur den Handballer gefunden. Und den Schlüssel. Ich habe keinen Hust. Hilfe. Was denn jetzt? Was? 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 Oh Gott. Hilfe, Alter, was gibt es denn hier alles? Hm, lecker. Hilfe. Da stand es auf einmal vor mir, ich fass es nicht. Was ist jetzt passiert? Alter. Alter, ich will hier raus. Was gibt es hier alles? Was, 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 was im Falle eines fehlenden Stabes, wenn kein vollständiger Ersatzstäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Es könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Ach du Scheiße. Hallo? Okay, was, was, was haben wir jetzt? Wir haben vier Phasen Amplituden, Start, Trinity, ach du Kappe, was für ein Ding, was auch immer das ist. Kommt das Monster da jetzt? Alter Schwede, boah, ey. Junge, Junge, Junge. Ich will hier nur noch raus. Ich will hier nur noch raus. Ich will nur noch hier raus. Hallo? Ja, 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 es kommt. Ich hab's gehört. Jo, es kam. Es kam an. Oh, hoppala. Falschen Knopf erwischt. Oh. Ich hab so ne Angst. Ich hab so ne Angst. Okay. Gucken mal. Da war's. Da ist es. Ja, wir sind tot. Wir sind tot. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Okay. Okay. Okay, anscheinend ist das Monster ganz schön doof. Das, was man jetzt gerade nicht gesehen hat. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Okay, wir haben jetzt hier schon zwei Stäbe. Zwei Stäbe. Sonst irgendwas. Sonst irgendwie. Wow. Was war denn das für ein Leck? Hallöchen. Das kam jetzt wieder an. Das Kackvieh. Das will... Ach du Scheiße. Hallo? Was zum Geier ist das bitte? Und vor allem wie dumm muss man sein. Okay, wir warten jetzt mal ein bisschen. Boah, Junge. Junge, 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 Junge. Haut es jetzt ab? Haut es nicht ab? Da ist es. Es kommt zurück. Es kommt zurück. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, das ist doch eine super Stelle. Ui, sorry. Das ist doch eine super Stelle, um einen Cut zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich ist das Monster dann bald mal ein bisschen chilliger drauf. Vielleicht gehen wir einen Kaffee trinken mit dem. Mal gucken. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!